Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind jetzt in der heißen Draft-Phase angekommen, heißt auch wenig, wenig schlafen für mich. Aber, das ist der Draft und dafür mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Wir sind heute hier mit den besten Defensive-Fans bzw. Edge-Spielern meiner Meinung nach im Draft. Werdet euch vielleicht gewundert haben auf dem Thumbnail, falls ihr es euch überhaupt angeguckt habt. Es sind tatsächlich nur vier. Ich gehe da ja immer danach, wo ich eine Lücke setzen kann oder wo ich einfach einen guten Punkt fürs Video finde. Und ich sage mal, ich habe nicht wirklich einen guten Punkt gefunden. Ich finde 1 und 2 sehr nah beieinander. 3 und 4 sind auch nochmal echt nah beieinander für mich. Und dahinter ist dann eine kleine Lücke und dann kommen wieder sehr, sehr viele, die beieinander sind. Und dann hätte ich vermutlich 9, 10, 11 machen müssen. Hätten manche von euch vielleicht gewollt, aber schaffe ich zeitlich nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber macht nichts. Wir reden heute über die vier Besten und ich sage auch noch, welche meiner Meinung nach knapp danach gekommen sind. Das wären dann nochmal sechs. Und das sind jetzt auch nur die ersten, die mir eingefallen sind. Also hätte ich noch mehr Zeit, um noch mehr Spieler genau anzugucken. Vielleicht wären dann noch mehr reingerutscht sogar. Nick Bonito ist zum Beispiel nicht dabei. Könnte gut sein, dass der da noch reingerutscht wäre. Aber wir reden heute, wie gesagt, erstmal über die Top 4. Vorher ganz schnell abgegessen. Der neue Holy-Geschmack kommt hoffentlich genau jetzt raus. Also am Montag um 16 Uhr. Am Montag, dem 25.04.16 Uhr kommt er raus. Ich hoffe, das ist auch der Zeitpunkt, zu dem ich das Video bringe. Aber ich muss das jetzt nachts aufnehmen. Es ist jetzt schon nach halb drei und ich habe morgen Uni. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das Video vielleicht erst nach der Uni fertig kriege. Und dann kommt es gegen 18, 19 Uhr oder so. Auf jeden Fall ist der Geschmack schon raus, wenn das Video kommt. Deswegen könnt ihr gerne auf die Seite gehen, wenn ihr noch nie was bestellt habt. In der ersten Bestellung 5 Euro sparen mit Code NGG5. Oder wenn ihr schon mal was bestellt habt, 10% sparen mit dem Code NGG. Einfach benutzen. Ansonsten Pfirsich-Aprikose klingt schon mal ziemlich geil. Schmeckt ziemlich geil. Deswegen, wenn ihr es ausprobieren wollt, gerne. Wenn es euch zu riskant ist, direkt so ein dickes Bundle zu bestellen, dann könnt ihr natürlich immer noch die Probepacks bestellen, um zu gucken, was davon euch am besten gefällt. Und das ist natürlich dann auch nochmal deutlich günstiger. Erster Spieler auf meiner Liste ist Jermaine Johnson aus FSU. 6 Fuß, 4 und ein bisschen und 254 Pfund. Vor die Jahrtausch und so habe ich euch jetzt mal weggelassen. Das ist Quatsch. Aber wenn ihr euch die Werte angucken wollt, findet ihr die natürlich auch noch raus. Größe und Gewicht ist perfekt für ein End. Da muss man sich also keine Gedanken machen. Und noch dazu ist es nicht extrem in irgendeine Richtung. Denn normalerweise würde man sagen, okay, wenn man jetzt eher schwerer ist, dann eignet man sich eher für das Scheme. Wenn man ein bisschen leichter ist, dann eignet man sich eher für das Scheme. Dafür länger sein müssen. Das ist wichtig in dem Scheme. Dummer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und Jermaine Johnson, das ist das Erste, was positiv ist für ihn auf jeden Fall. Der ist sehr Scheme-Versatile. Das heißt, es ist nicht sehr wichtig, was für eine Art von Defense und was für eine Front du spielst, kannst du ihn irgendwo reinsetzen. Das heißt, bei manchen Teams gibt es ja dann immer so Gedanken, da bin ich zum Beispiel selber ein bisschen drin, weil Lions umstellen von einem 3-4 auf einem 4-3 primär dieses Jahr. Und dann stellt man sich bei manchen Spielern so die Frage, okay, passt der jetzt aber hier wirklich rein? Vielleicht hat er im College schon einen 3-4-Outside-Linebacker gespielt. Das ist ja auch ein Edge-Rusher. Und man selber hat aber keinen 3-4-Outside-Linebacker, weil man 4-3 spielt. Und ein 3-4-Outside-Linebacker und ein 4-3-End ist halt nicht wirklich das Gleiche. Sowas muss ich immer betonen, obwohl es manchen Leuten von euch natürlich klar ist. Andere Leute sitzen jetzt da und denken, hm, warum? Aber bei Madden klappt es doch auch. Es hat schon gleiche Züge und wie gesagt, es gibt Spieler, die können beides machen. So, Von Miller zum Beispiel war jahrelang 3-4-Defensive-End, hat ja auch sehr, sehr viel Stand-Up gerusht. Das heißt, einfach nur auf den Füßen stehend quasi. Und der könnte meiner Meinung nach trotzdem ein sehr, sehr guter 4-3-Defensive-End sein. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sind halt wirklich Spezialisten für dieses 3-4-Zeug. Denn in einem 4-3 als Defensive-End, da wird dann eher nochmal mehr von einem verlangt, dass man gegen den Lauf spielt, dass man eine Edge settet. Also, dass man quasi sagt, ich bin der Äußerste, niemand kommt hier nach außen. Und da gibt es dann welche, die sind dafür vielleicht nicht so gemacht. Was habe ich mit Beispielen im Kopf? Hasson Reddick zum Beispiel, meiner Meinung nach, ist ein sehr guter 3-4-Outside-Linebacker, wäre aber vermutlich nicht der allerbeste 4-3-Defensive-End, um mal ein Beispiel zu nennen. Aber das ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Level. Es gibt noch welche, die sind noch deutlicher. Da fällt mir nur jetzt gerade momentan nichts ein. Nichtsdestotrotz trifft nichts davon, was ich gerade erklärt habe, auf Jermaine Johnson zu, weil er beides machen kann. Das heißt, es ist relativ egal, wo du ihn einsetzen möchtest. Er ist sogar noch vielfältiger. Das heißt, du kannst ihn in einem 4-3, könntest ihn auch auf einer 3 spielen lassen. Das ist jetzt vermutlich nicht das, was ich unbedingt sehe. Aber du könntest ihn vor allem auch in einem 3-4 als Defensive-End spielen lassen, dann auf einer 5 oder 4, sowas in dem Dreh. Okay, ich denke, dass das einer der richtig großen Vorteile ist. Noch dazu hat er jetzt nicht eine extreme Schwäche in Lauf oder Pass. Der hat generell einen sehr, sehr hohen Floor. Das heißt, der wird mit einem Level reinkommen und der wird jetzt nicht enttäuschen. Der wird nicht die ersten Spiele komplett untergehen. Der wird direkt auffallen von Anfang an. Der wird definitiv niemand sein, wo jetzt die gegnerischen Teams sich sagen, okay, der ist da und wenn er drin ist, dann wollen wir unbedingt über ihn laufen, weil er nur ein purer Passrusher ist, sowas. Oder jemanden, den du dann beim dritten Down runternehmen musst, weil er nicht Passrushen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hat eine sehr gute Vielfalt an Moves. Auch wenn ich denke, dass sein Lieblingsmove so ein Push-Pull-Ding ist, wo er erstmal einen Punch setzt auf den, meistens halt Offensive Tackle, Offensive Lyman auf jeden Fall. Und danach dann, wenn er den Griff hat, zieht. Und normalerweise versuchst du den Griff hier reinzusetzen in das Shoulder Pad vorne quasi oder du versuchst hier oben rauf zu gehen. Er hat häufig die Hand oben und zieht dann da runter. So, ist ein bisschen eine Philosophie-Frage oder vielleicht Technik oder Vorliebe, was auch immer. Manche Leute sagen, sie haben hier den besseren Griff. Andere Leute sagen, du hast hier natürlich einen Punkt, der sich leichter ziehen lässt, weil du dabei gleichzeitig noch den Spieler um die Achse rotieren kannst. Also, wenn ich hier dran ziehe, ist es halt ein bisschen schwieriger, den zu drehen, dafür leichter zu ziehen. Wenn ich hier dran ziehe, ist es natürlich leichter, den zu drehen. Und manche Leute sagen, wenn ich ihn eindrehe, ist es danach leichter, ihn zu ziehen. Aber ist auch alles relativ egal. Jermaine Johnson auf jeden Fall, sehr, sehr gutes Hand-Placement von allem, was er macht. Manchmal ein bisschen zu aufrecht, habe ich das Gefühl. Und was ich mir noch wünschen würde in seiner Entwicklung als Pass-Rusher gerade, als Run-Defender habe ich nicht so viele wirkliche Probleme oder nichts, was ich jetzt auf meinem Level sehe. Klar, wenn sie sich das NFL-Coachs angucken, die haben dann vermutlich eine Liste von 30 Sachen, wo sie sagen, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen. Aber das ist alles natürlich viel zu hoch für mein Level an Football-Verständnis und vermutlich auch für viele von euch für euer Level an Football-Verständnis. Deswegen arbeiten wir mal lieber auf unserem Level ein bisschen. Wie gesagt, als Pass-Rusher, was ich mir wünschen würde, wo er sich vielleicht verbessert, hoffentlich verbessert in seinen ersten Jahren in der NFL, ist wieder dieser Plan B. Das heißt, wenn der erste Plan nicht aufgeht, es ist nicht wirklich kritisch bei Jermaine Johnson. Ich habe ja schon häufiger mal geredet von Leuten, die dann einfach gar keinen Plan haben, sondern die versuchen, was zu machen und wenn es nicht klappt, dann sagen sie, okay, gut, und dann stehen sie da mehr oder weniger rum oder es sieht zumindest so aus. Jermaine Johnsons Plan B ist halt immer, ah, Dreck, mein Move hat nicht geklappt, dann renne ich durch dich durch, dann bullrush ich dich. Es funktioniert auch häufig, ist aber manchmal ein bisschen zu langsam. Denn als Offensive Tackle, es ist super unrealistisch von dem zu erwarten, dass er wirklich einfach stehen bleibt und kein bisschen Ground gibt. Denn selbst richtig gute Offensive Tackles werden dann halt ein bisschen nach hinten gepusht, aber halt sehr langsam. Und du musst der Quarterbacks gerade in der NFL nicht extrem viel Zeit verschaffen. Das heißt, wenn du so ganz langsam nach hinten gepusht wirst, das ist ein Sieg für einen Offensive Tackle. Und das ist häufig das, was passiert ist bei Jermaine Johnson, wenn der Rip zum Beispiel nicht funktioniert hat, der Pull-Move. Ähm, und da wäre es cool, wenn er vielleicht ab und zu mit mehr Inside-Move scoundert. Das heißt, er kommt außen nicht durch, ist er innen vorbei oder sowas. Ansonsten sehr, sehr viel Club-Move drin gehabt, Swim-Move ist drin. Ähm, was haben wir noch? Long Arm, logisch, weil das ist der Anfang von dem Pull-Move-Dings. Äh, wir haben ab und zu einen Spin-Move gesehen. Ähm, was interessant ist, ich glaube, das Draft-Network gibt immer, von wegen, das ist das beste Spiel, was wir gescoutet haben von ihm und das ist, oder was wir gesehen haben von ihm und das ist das schlechteste, schlechteste Spiel, was wir gesehen haben von ihm. Und das schlechteste Spiel, was sie angeblich von ihm gesehen haben, ist dieses Jahr NC State gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann auch sein, dass ich mich gerade ganz schlimm irre, aber ist egal. Und das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Denn das Witzige ist ja, bei NC State spielt Ikemi Kornow natürlich, ne, war mein Nummer 2 Offensive Lineman im Draft. Und meiner Meinung nach hat Jermaine Johnson ihn ziemlich kaputt gemacht. Bei, bei vielen, vielen Plays. Also ich würde nicht sagen, dass es ein schlechtes Play war. Hat gegen Clemson auch ein richtig gutes Spiel gehabt. Im ersten dieses Jahr gegen Notre Dame war er auch gut. Ähm, also gegen die starke Konkurrenz meiner Meinung nach. Nochmal einen Schritten besser performt. Kam als Transfer von Georgia. Hat da nicht so wirklich viel, oder nicht so eine wirklich große Rolle gespielt. Manche von euch kennen ihn vielleicht auch noch aus Last Chance U, der Serie von Netflix. Da war er in Staffel, ich glaube, 3 am Start. Auf jeden Fall bei einem von den Jason-Brown-Staffeln. Ich glaube, der hatte 2, ne. Bei einer von den Staffeln. Ähm, und ich glaube, bei der ersten davon. Ähm, hat nicht so wirklich viel, nicht so eine große Rolle gehabt. Weil er eher ein stiller Typ ist. Aber er wurde auch da schon angepriesen als ein extrem guter Spieler. Ist dann von da zu Georgia gegangen. Bei Georgia nicht so viel gerissen. Und letztes Jahr dann für seine letzte College-Saison nach Florida State gegangen. Da richtig abgerissen. Ist ein ACC-Defensiver Spieler des Jahres geworden und so weiter. Dann zum Senior Bowl gegangen. Und beim Senior Bowl haben wir auch schon viel drüber geredet. Die ersten Trainingstage einfach jeden so kaputt gemacht. Und wirklich alles dominiert. Dass er sich dann gesagt hat, ja okay, reicht. Ich muss hier die restlichen Trainingstage nicht mitnehmen. Ich muss zu spielen, nicht spielen. Ich habe allen gezeigt, wer ich bin. Ähm, sehr dominanter Spieler. Ceiling, also das Potenzial ist vielleicht nicht extrem hoch. Also es würde mich wundern, wenn wir in zwei Jahren sagen, Jermaine Johnson ist einer der Top 3 oder 5 Adtrusher in der Liga. Aber der Floor ist sehr, sehr hoch. Und ich glaube, der wird eine lange NFL-Karriere auf einem hohen Niveau spielen. Wenn da Verletzungen nicht reingrätschen. Klopf auf Holz. Alright, nächster Spieler auf meiner Liste ist Trevon Walker aus Georgia. Sechs Fuß fünf und 272 Pfund. Ähm, viele Leute haben den ja jetzt inzwischen schon als Adtrusher eins oder so auf einem Level mit Aiden Hutchinson. Und ich bin ehrlich, ich sehe das gar nicht. Ich habe euch vorhin gesagt, ich habe eins und zwei relativ nah beieinander. Dann habe ich eine echt ziemlich große Lücke. Und dann habe ich drei und vier. Oder was heißt ziemlich große Lücke. Aber ich habe auf jeden Fall eine Lücke. Es ist nicht so, dass ich überlege, ah, sind die vielleicht doch beieinander. Ich würde relativ deutlich sagen, ich habe eins und zwei, drei und vier und dann den Rest. Und ich habe gerade, ähm, gerade fällt mir ein, dass ich vergessen habe, den Rest einzusprechen. Egal, sage ich euch am Ende, welche Spieler ich noch drin gehabt hätte. Ähm, mein Problem mit Trevon Walker ist, ist, dass da wieder so viel Prognose drin ist. Von wegen, oh, wir denken, er könnte das und das mal machen. Und deswegen sollten wir ihn hoch draften. Absolut verständlich. So, man guckt an, wo er gespielt hat bei Georgia. Und man guckt sich seine physischen Attribute an. Und seine, seine Athletik an. Hat den Combine ja zerrissen. Äh, absolutes Biest. Man, man sieht ihn im Raum sich bewegen. Ist crazy. Bei Georgia ab und zu sogar mal in Coverage gedroppt. Und auch da sieht er absolut nicht fehl am Platz aus. Der hat ja auch Linebacker-Drills mitgemacht. Äh, ich weiß nicht, ob er beim Combine oder ob er das nur wollte und dann doch nicht gemacht hat. Aber auf jeden Fall beim Pro Day. Ähm, also der, der ist auch genauso, mindestens genauso versatile wie Jermaine Johnson. Vermutlich sogar noch einen Ticken mehr, weil ich glaube, dadurch, der hat es ja auch nochmal 20 Pfund schwerer ist. Du kannst ihn wirklich noch, noch mehr drin haben, ohne dass es jetzt ein bisschen lost ist. Ähm. Ähm, und ansonsten kann er auch alles machen, halt auch bis zu Outside-Linebacker alles spielen. Ich denke, das Ideale für ihn wäre wirklich ein bisschen leichter werden und mehr mit seiner Athletik machen, als das, was er bei Georgia gezeigt hat. Aber das werden NFL-Coaches definitiv schon rausfinden für ihn. Warum sage ich, dass man sich anguckt, wo er gespielt hat? Ähm, wir werden nachher natürlich noch über Kayvon Thibodeau reden, zum Beispiel bei Oregon. Der hatte ein relativ freies System. Das heißt, er konnte relativ machen, was er will. Natürlich immer in einem, in einem Rahmen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, er kann machen, was er will, heißt das natürlich nicht, okay, ihr zehn, ihr habt eure Alignments und sowas. Und Kayvon, bro, mach einfach, was du willst. So ist es natürlich nicht. Aber du sagst ihm quasi, okay, wir brauchen jetzt Pass Rush. Und dann kann er machen, was er will. Bei Georgia hast du, gerade die letzten Jahre, und das ist auch ein Teil des Erfolgs bei Georgia, ein super, super festes System. Das Problem damit ist, das kannst du halt wirklich nur machen, wenn du auf jeder Position gute Spiele hast. Denn ansonsten musst du teilweise ausgleichen mit deinen Starspielern, was deine anderen Spieler nicht haben. Also dann bist du angewiesen auf diese Splash Plays und sowas. Brauchst du nicht, wenn du auf jeder Position gute Spiele hast. Und das ist ein bisschen das, was Trevon Walker vielleicht ein bisschen das Ganze erschwert hat, bei Georgia zu spielen. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Grundes, aus dem Jermaine Johnson weggetransfert ist von Georgia. Denn es ist halt wirklich nicht ein Individuumprinzip. Das heißt, du versuchst damit nicht, Leute gut dastehen zu lassen, was ja auch eigentlich logisch ist. Sondern du versuchst, Teamerfolg in den Vordergrund zu bewegen. Was ja auch geklappt hat, so ein Championship gewonnen. Also alles richtig gemacht auf jeden Fall. Aber das ist ein bisschen der Grund, aus dem Leute immer sagen, ey, Trevon Walker war einfach in einem sehr engen System. Hat er genau das gemacht, was er machen sollte. Aber deswegen sind die Zahlen halt nicht so krass. Deswegen hat er nicht so unglaublich viele Sacks oder nicht so unglaublich viele Splash Plays. Weil er häufig auch einfach sehr diszipliniert die Edge setten musste und dann da bleibt. Und das ist nicht so, du siehst, der Quarterback rennt in die andere Richtung. Okay, versuch ihm so blind wie möglich hinterher zu rennen. Sondern nein, du bleibst hier. Für die Möglichkeit, dass irgendein Passback kommt, was auch immer. Die Athletik, habe ich schon drüber geredet. Aber jetzt kommt ein bisschen mein großes Problem. Ich habe sehr, sehr viel Georgia geguckt dieses Jahr. Was logisch ist. Ich glaube, es haben viele, die sich mit College Football beschäftigen. Weil es halt einfach wirklich Spaß gemacht hat. Das war geiler Football. Plus, ich habe halt jetzt das Gefühl, was weiß ich, neun Spieler oder sowas für die verschiedenen Positionen gescoutet. Und wenn ich mir die Interior-ID-Liner angucke, dann gucke ich ja logischerweise immer Defensive Snaps. Und dann gucke ich ja auch nicht nur auf einen, sondern dann kriege ich auch andere Spieler mit und sowas. Wenn ich Georgia Defense gucke, fällt mir Trayvon Walker nicht auf. Wenn ich nur Georgia Defense Spiele angucke und dann sagen soll, okay, machen wir jetzt mal eine Reihenfolge, wo werden die Spieler gedraftet. Dann hätte ich Kayvon Walker vielleicht auf 6, 7 oder sowas von der Defense, von den 11. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall nicht in den Top 3. Und das ist, ja, ich weiß, ich habe eben erklärt, was das System ist und dass es daran liegen kann. Aber wenn ich drüber nachdenke, jemanden first overall zu picken, was ja im Gespräch ist bei ihm, da muss der aus dem Tape poppen. Und das, merkwürdiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und das, bei allen anderen, die ich auf der Liste habe, ist das der Fall. Bei, ich würde sagen, fast allen anderen, die ich nachher noch sage, von wegen, die es fast reingeschafft haben, ist das der Fall. Von wegen, man guckt einfach nur Spiele von deren Teams und wow, was weiß ich, ein Jermaine Johnson fällt immer wieder auf. Klar, hat das jetzt auch was damit zu tun, ist mir schon bewusst, dass Florida State die letzten Jahre ein viel schlechteres Team war vom Talent her einfach als Georgia. Das ist natürlich deutlich einfacher aufzufallen, wenn man als guter Spieler in einem schlechten Team spielt. Wenn ich jetzt in meinem Team spiele, dann guckt sich keiner das Training an oder Spiele von uns und sagt, boah, Alter, der Typ ist richtig krass. Wenn ich jetzt aber in der, was weiß ich, siebten Liga spielen würde oder sowas, vielleicht wäre das dann schon eher der Fall. Also nur so als Prinzip, ist schon relativ logisch. Aber ich sehe auch die Athletik nicht wirklich bei Trevor Walker. Was ich sehe bei ihm ist, dass er einen super kräftigen Punch hat und dass er einfach generell sehr, sehr stark spielt. Aber er spielt jetzt nicht extrem explosiv. Was er häufig macht, was an sich auch ein cooler Move ist, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist, er täuscht quasi diesen Speed Rush an. Das heißt, er täuscht an, dass er versucht, so schnell wie möglich außen rum zu kommen. Und dann, wenn der Tackle in diesem Modus ist von wegen, ah, Speed Rush, ich muss jetzt hier setten, dann auf einmal geht er durch den Tackle durch. Und mit auch wieder einem Longarm ähnlicher Stil, ich meine, Johnson einfach, batz, an die Schulter. Und da schafft er es auch wirklich, man sagt immer, Convert Speed to Power. Das heißt, Speed zeigen und dann die Geschwindigkeit umwandeln in Kraft, in Power. Boah, jetzt kommen wieder Physikstudenten. Kraft und Power ist nicht das Gleiche. Aber ihr wisst, was ich meine. Sowas auf jeden Fall. Also, sehr guter Spieler, wird kein Problem haben gegen den Lauf, wird direkt bei allen drei Downs draufbleiben können. Aber, ich weiß ja nicht. Also, es ist wirklich sehr, sehr viel Prognose von Leuten, die sagen, oh, der könnte mal richtig krass werden. Aber von dem, was er bisher gezeigt hat, ist es halt wirklich nicht Top 5 Draft Pick, meiner Meinung nach. Von dem, was er gezeigt hat, ist er Borderline First Round Draft Pick. Deswegen, Leute, die jetzt drüber reden, ihn First Overall und sowas zu draften, da ist schon ein gutes Maß an Vertrauen mit drin. Von wegen, oh, der wird es noch schaffen, sehr, sehr krass zu sein. Ich verstehe komplett, wo es herkommt. Wenn ich ein GM wäre, wäre ich vermutlich auch immer geneigt, ein bisschen diese Risikopicks zu machen. Aber er ist auf jeden Fall ein Risikopick. Der nächste Spieler auf meiner Liste ist Kayvon Thibodeau aus Oregon, 6 Fuß 4 und 254 Pfund. Ist wieder ein sehr großes, sehr gutes Größenverhältnis und sowas Größe, Gewicht, genau wie du es haben möchtest. Kayvon Thibodeau kam als Nummer 1 High School Prospect rein ins College. Wäre auch beinahe zu FSU gekommen. Dann war FSU leider schlecht in dem Jahr, als er sich entscheiden musste. Deswegen ist er zu Oregon gegangen. Er hat da sehr viel Flexibilität gehabt, sowohl in dem, was er machen konnte, als auch in der Art, wie er eingesetzt wurde. Da habe ich auch schon drüber geredet. Wir müssen wirklich nicht viel über seine Vorteile reden, über das, was er gut macht. Dann ist es wirklich fast alles. Es gibt häufig so ein Gerücht, sage ich mal, oder Leute erzählen gerne, dass er nicht so gut gegen den Lauf ist, weil er einfach sehr lang und dünn aussieht, sage ich mal, was aber überhaupt nicht stimmt. Werden wir auch gleich noch einen interessanten Vergleich haben mit der Nummer 1. Eins ist natürlich ein Halbschnitt, das muss ich jetzt nicht verstecken. Aber wie gesagt, das stimmt einfach nicht. Er spielt den Lauf sehr gut. Primär eine Stand-Up-Rush-Technik gespielt. Das heißt, primär das, was in der NFL ein 3-4-Outside-Linebacker wäre. Das heißt, du stehst an der Line. Dein Rush ist meistens ab und zu gedroppt, aber es ist ehrlich gesagt wirklich Verschwendung, weil je besser dein Rush ist, umso verschwendeter ist es halt nicht zu rushen, sondern den in Coverage droppen zu lassen. Auch wenn das dann manchmal natürlich genauso dieses Überraschungselement sein kann, von wegen, okay, da ist Kayvon Thibodeau, natürlich rushen die mit dem, und dann kann ich ja da hinwerfen und oh shit, wisst ihr, und dann ist er da hin. Also das kann man sich schon zunutze machen, gerade bei jemandem, der es theoretisch kann, der aber bei einer anderen Sache so gut ist, dass man nicht erwartet, dass er es macht, falls es Sinn ergibt. Also das kann ich schon sehen, dass er ab und zu vielleicht mal irgendwie in die Flat geschickt wird oder so, einfach nur, um das Ganze ein bisschen reinzubringen, um die Offense ein bisschen auf Trab zu halten, um vielleicht den ein oder anderen Quarterback verwirren zu können. Ansonsten Passrush-Moves hat er auch viele, verlässt sich teilweise ein bisschen zu sehr auf seine Explosivität, was im College natürlich funktioniert hat, und das ist immer das, was ich schon häufig erwähnt habe, auch auf verschiedenen Positionen. Je besser du bist, umso krasser ist der Wechsel immer eine Liga höher. Denn wenn jemand so ein normal guter Athlet ist, hat er es in der Highschool schwer, muss mit sehr viel Arbeit ans College kommen, hat es am College schwer, muss mit sehr viel Arbeit dann in die NFL kommen, hat es da dann wieder schwer und muss sehr viel arbeiten, um überhaupt auf einem Level bleiben zu können. Wenn du ein kranker Athlet bist, dann musst du in der Highschool nichts machen. Da ist es dann halt einfach, du bist dann halt der Athlet und du kannst machen, was du willst. Das sind dann immer diese Videos, wo man dann Jan Waddle Highlights sieht, wo er nach rechts läuft, dann ist rechts zoont, und dann läuft er auf einmal einen riesigen Bogen halb ums Feld und läuft links irgendwo hoch, einfach nur, weil er doppelt so schnell ist wie alle anderen. Und das Gleiche gilt auch für Edge Rusher. Du kannst dann halt wirklich einfach ohne Technik quasi einfach nur vorbeirennen, Leute umschubsen und Leute sacken. So, dann kommst du ins College und dann wird es natürlich schwieriger, weil alle Leute auf einem höheren Niveau sind. Alle, die im College Football spielen, sind die guten Football-Spieler aus der Highschool. So, und dann kommst du in die NFL und dann ist es nochmal schwieriger, dich auf deiner Athletik und Explosivität auszuruhen, denn alle, die in der NFL Football spielen, sind die Elite-Football-Spieler aus dem College, die Besten der Besten. Und dementsprechend musst du dann immer mehr mit deiner Technik was anfangen können, deswegen wird Technik immer wichtiger. Dann ist es nochmal ein Ding, je mehr du von deiner Athletik lebst, umso schneller nimmt es halt ab. Denn wenn ich ein sehr technischer Spieler bin, meine Technik nimmt mit zunehmendem Alter nicht ab. Das heißt, die Technik bleibt da. Wenn ich aber jemand bin, der nur von seiner Athletik lebt, dann wird mal 31 und auf einmal hoch ist die Athletik gar nicht mehr so da. Und dann nimmt man sehr, sehr schnell ab, weil die Athletik halt abnimmt. Und das ist die einzige Waffe, die man hat. Heißt, er muss technischer werden in seinen Pass-Rush-Moves. Das, was ich vorhin bei Jermaine Johnson gesagt habe, gilt hier auch. Das heißt, er braucht ein bisschen dieses Sekundäre von wegen, oh, Dreck, mein erstes hat nicht funktioniert. Okay, gut, dann sette ich jetzt um und gehe Inside lang oder was auch immer. Das fehlt auf jeden Fall. Ansonsten, diese ganzen Sachen von wegen, oh, liebt der wirklich Football oder macht der das nur aus Spaß? Ist das wirklich seine Leidenschaft? Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Das wirkt alles wirklich wie eine Spielkampagne. Denn so ist es die ganze Zeit klar, gefühlt das ganze letzte Jahr war klar, okay, Kevin Thibodeau ist der beste Ad-Rusher im Draft, vermutlich der Nummer 1-Pick. Dann hat Aiden Hutchinson halt zufällig eine richtig krasse Saison gespielt. Und Kevin Thibodeau auch, aber ist nicht ganz so aufgefallen, weil Oregon halt auch nicht so krass gut war wie Michigan letztes Jahr. Und dann ist es so, okay, gut, Aiden Hutchinson ist jetzt vielleicht auf dem gleichen Level wie Kevin Thibodeau. Uh, Aiden Hutchinson ist vielleicht sogar einen Schritt vor Kevin Thibodeau. Und dann auf einmal hat es angefangen. Und Thibodeau slidet und slidet. Jetzt ist bei gefühlt fast ein Trayvon Walker vor Kevin Thibodeau. Jermaine Johnson ist bei manchen vor Thibodeau. Kalav, das ist bei manchen vor Thibodeau. Ich sehe teilweise Mox, wo er Ende der Teens geht, also auf 17, 18, 19 oder sowas. Obwohl eigentlich mal safe war, dass er aus dem Top 5 nicht rausfällt. Und ich verstehe ehrlich nicht, wo es herkommt. Ob das wirklich nur dieses ist von wegen, oh, er ist arrogant und man weiß nicht, ob er Football liebt. Es wirkt sehr an den Haaren herbeigezogen. Könnte natürlich aber auch stimmen. Ich habe mich logischerweise nicht mit ihm unterhalten können. Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die NFL-Teams da eine ähnliche Meinung zu haben. Ja, und ich, wie gesagt, ich mag ihn. Ich finde ihn sympathisch in seinen Interviews. Auch wenn er nicht zu Florida State gegangen ist. Ich denke, der wird ein sehr, sehr guter NFL-Spieler sein. Floor ist schon relativ hoch und Potenzial ist halt wirklich sky high. Vermutlich zusammen mit Trayvon Walker das höchste Potenzial von den Edge-Rushern in der Draft-Class. Und meiner Meinung nach ein deutlich höherer Floor. Hier ist jetzt nur das erste Mal ein bisschen das Problem, dass er schematisch vielleicht ein kleines bisschen eingeengt ist. Denn ich denke, als 4-3 Defensive End, das ist nicht seine ideale Rolle momentan. Und wenn, dann müsste er ein bisschen zunehmen. Sagen zumindest viele Leute. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass er dann vielleicht eher in so einem 260, 270er-Rahmen spielen sollte. Frage ist, wie schnell verliert er dann die Athletik? Oder wie gut kommt seine Athletik mit dem zusätzlichen Gewicht? Klar. Aber auch da verlasse ich mich drauf, dass das Team, was ihn draftet, dann natürlich schon genau mit geplant hat. Deswegen bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen damit, ob ich ihn auf 2 haben möchte bei den Lions, wenn Aiden Hutchinson auf 1 weggeht, weil wir halt jetzt mit 4-3 ein bisschen anderes System spielen. Und ich denke, am besten wäre es oder am einfachsten, dass er direkt wirklich richtig gut ist in der NFL, wäre es vermutlich, wenn er zu einem 3-4-Team kommt als Outside-Linebacker. Aber wir werden sehen. Ich denke, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Nummer 1 auf meiner Liste der Edge-Spieler im Draft 2022 ist Aiden Hutchinson aus Michigan. 6'6 und ein bisschen und 260 Pfund. Und da kommen wir direkt drauf zu sprechen. Ich hätte das wirklich nicht gedacht, denn nur vom Spieler angucken hätte ich gedacht, Kevin Thibodeau ist größer und für seine Größe dünner. Aber es ist genau andersrum. Kevin Thibodeau ist ein Ticken kleiner und kompakter. Wenn auch nicht doll, aber es sind 6 Pfund Unterschied und 2,5 Inches, falls euch das jetzt was sagt. Egal. Sagen wir mal, es ist so ein Größenunterschied und 6 Pfund sind wie viel? 2 Kilo? Irgendwas in dem Dreh, auf jeden Fall. Also deswegen ist immer dieses von wegen, oh Aiden Hutchinson ist super kräftig gebaut und deswegen kann er gut den Run verteidigen und Kevin Thibodeau ist zu lang und zu dünn, ist irgendwo ein bisschen Quatsch. So, das ist vielleicht nur im Gesicht, weil Aiden Hutchinson halt ein bisschen pausbeckiger ist, sagt man das so, pausbeckig klingt direkt wie kleine Kinder, aber ich habe es halt selber so. Dadurch sieht man dann immer ein bisschen fülliger aus, als man eigentlich ist und ich glaube, wie gesagt, das ist ein bisschen das, was man bei Aiden Hutchinson denkt. Aber wir reden natürlich nicht über Aiden Hutchinsons Gesicht in diesem Breakdown, sondern wir reden natürlich über sein Football-Talent. Es ist einfach der Defensive End. So, wenn du dir einen baust, dann würde der vermutlich aussehen wie Aiden Hutchinson. Es ist sehr technisch und da kommt auch der Vergleich ein bisschen her zu den Bowser Brothers. Das ist nämlich eigentlich immer der erste Vergleich, den man irgendwo sieht. Das Ding ist, ich glaube tatsächlich, das, was ihn ein bisschen schlechter macht als die, ist, dass er nicht die Athletik hat von den beiden. Denn technisch gesehen ist er nicht weit weg, von der Kraft gesehen ist er nicht weit weg, aber die beiden sind halt noch dazu wirklich kranke Athleten, sowohl Joey als auch Nick. Und das ist bei Aiden Hutchinson nicht so der Fall. Er ist ein guter Athlet, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Athlet. Nicht nur für generelle Verhältnisse, sondern auch für Defensive End-Verhältnisse und so. Aber die beiden sind halt wirklich Elite. Deswegen darf man jetzt auch nicht den Fehler machen und sich angucken, okay, Joey und Nick Bosa wurden, glaube ich, was gedraftet? Vier und drei oder fünf und drei oder irgend sowas. Und Aiden Hutchinson wird jetzt als Nummer eins gehandelt, also First-Over-Pick. Da muss er ja besser sein als die beiden. Das kommt natürlich immer darauf an, wer in welcher Draft-Class drin ist. Da waren Quarterbacks jeweils drin. Das heißt, wenn einer von den beiden Bosa jetzt in der Draft-Class drin wäre, wäre der der klare Nummer eins Pick über Aiden Hutchinson. Also da darf man nichts verwechseln. Ansonsten scheint charakterlich überhaupt keine Schwäche zu haben, sondern wirklich so dieser Prototyp zu sein von wegen Hardworking und Kopf drunter und bescheiden. Das, was viele wollen. Deswegen wird er auch häufig gesagt, dass er zu den Jaguars passen würde, als jemand, der quasi diese neue Kultur da reinbringen kann unter Doug Peterson. wird häufig gesagt, dass er auf zwei zu den Lions passen würde, weil das genauso jemand ist, der den Dan Campbell haben möchte. Und das ist meiner Meinung nach auch das Niedrigste, wo er gehen kann. Wenn er nicht auf eins geht, und ich gehe sehr stark davon aus, dass er auf eins geht, dann geht er auf zwei zu den Lions. Das alles andere wäre wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ja, extrem guter Spieler, gut gegen den Lauf, gut gegen den Pass natürlich, Relentless. Also bei manchen Spielern, keinem von denen, die wir auf der Liste haben, aber bei teilweise anderen Edge-Rushern ist es immer so, wenn der erste Move nicht klappt oder wenn der zweite Move nicht klappt oder so, dann hängen die halt immer so ein bisschen in den Segeln und machen halt so nichts mehr wirklich und ach Mist, hat nicht geklappt. Und bei anderen, unter anderem bei allen Vieren, die wir auf der Liste haben, und halt wie gesagt bei Aiden Hutchinson, gerade ist es so, die geben nie auf. Die hängen dann vielleicht in ihrem Block fest und sind die ganze Zeit weiter am Kämpfen und da, da, da. Und manchmal passiert es dann halt, dass ein Quarterback in der Pocket upsteppt und dann ist er auf einmal neben dir. Und Aiden Hutchinson checkt das, der hat einen super hohen Football-Ikone, merkt er, oh, direkt, und ist da und hat dann so ein Abstauber-Sack quasi. Deswegen, manche von seinen Highlights, manche von seinen Sacks sehen halt nicht wirklich kompliziert aus. Ist aber trotzdem ein Effort-Ding, also da musst du schon definitiv Arbeit reinstecken. Das macht er sehr, sehr gut. Ich überlege immer noch, ob ich irgendwas finde, was er nicht so gut macht. Ich denke, auch hier ist es vermutlich höchstens die Scheme-Versatility. Das heißt, du solltest ihn jetzt meiner Meinung nach nicht als 3-4-Outside-Linebacker spielen lassen, auch wenn er letztes Jahr bei Michigan viel aus dem Stehen gerusht ist. Aber er ist halt wirklich ein purer Edge-Defender. So den Coverage zu haben, das ergibt wirklich keinen Sinn, meiner Meinung nach. Noch weniger als ein Thibodeau, einfach weil er es noch nie gemacht hat. So bestimmt kann er das, wenn man es ihm antrainiert, aber es wäre wirklich ein bisschen Verschwendung. Ja, ansonsten kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Ja, ich sehe nicht wirklich ein Szenario, in dem er weiterfällt als 2. Es sei denn, da kommt jetzt auch wieder so ein Larry M. Tunsil-Video raus, wie er irgendwie eine Bong zieht oder so. Aber ich denke, der wird ein sehr, sehr guter Spieler sein. Ein super hoher Floor, ziemlich sicher der höchste Floor von allen Spielern im Draft, zumindest auf Defensive End. Und dann dazu noch eine ordentliche Portion Potenzial obendrauf. Das heißt, auch er kann sich noch verbessern, kann ewig lang ein richtig guter Edge in der Liga sein. Die Spieler, die es beinahe reingeschafft hätten, jetzt packe ich das noch hinten dran schnell, sind David Ojabo, George Calaftis, Boye Mafei, Anderle Biketti und MyJ Sanders. Alles klar, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich versuche die anderen beiden Videos vielleicht doch noch einzeln zu machen. Ich habe Dienstag noch, ich habe Mittwoch noch, Donnerstag kommt der Mock-Draft. Das wären viele schlaflose Nächte jetzt, aber wie gesagt, ich mache das wirklich gerne für den Draft. So Bock auf den Draft. Der Draft ist das Geilste, was es gibt in der Off-Season. Ich hoffe sehr, dass ihr euch da auch schon drauf freut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da auf jeden Fall, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpasst wird in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.